It's your boy Skinny P. Willkommen schon wieder auf Inferno. Ich weiß nicht, warum ich Inferno überhaupt noch im Pool drin hab. Das dritte Mal Inferno jetzt im Video, oder was? Hello, Team. Ich glaube, es gehen drei Leute auf B oder vier. Oh nein. Ich bin der erste. Ich habe ein Name für B und die Fuse. Man muss direkt aussagen, wie der Haas lauft, ne? Naja. Und jetzt auf den Rush hoffen. Team. Oh, nice. Sehr gut, sehr gut. Komm schon, komm schon. Oh nein. Jungs. Oh, einer ist schon hinten. Ich freue mich jetzt schon sehr auf unseren Full Buy. Und ich freue mich auf Cod. Alter, haben wir gestern nochmal reingehustelt. Ich war bei Sperling im Stream und wir haben wieder Cod MB gespielt. Und es macht echt absolut Bock. Es ist richtig, richtig geil. Und endlich mal eben eine vernünftige Abwechslung zu CSGO. Oh, oh. He's gone back. No. Hier ist auf HP. Ja, da kommt der Rest. Komm, den hat er noch, den hat er noch. Ja. Es wirkt gerade wie ein Albtraum. Weil das letzte Spiel auch auf Inferno waren schon so sch... Also wir haben da zwar gewonnen, aber es lief halt vom Team her sau schlecht. Und jetzt schon wieder Inferno und jetzt kriegen wir ihn noch gedrückt. Ah. Kann man ja nur sagen. Nein. Ah. Die gehen gar nicht hin, oder was? Kommen die nicht von hinten jetzt dran? Oh. Es war eigentlich ein schöner 4 gegen 4. Sie waren eingesperrt, die Tees. Also sie konnten nicht mehr verschieben. Aber jetzt ist es halt nichts. Es steht auch nach wie vor nicht gut um den Lämmen. Wir haben im letzten High-Führer-Game, glaube ich, auch dick die Fresse poliert bekommen. Von daher habe ich auch wieder einen Loose hier drauf. Muss doch mal gucken. Komm schon, komm schon, komm schon. Der macht das jetzt. Pass auf. Bats. Schade. Komm, nochmal. Nochmal. Trau dich. Uh. Hätte sich lieber nicht getraut. Konzentriert dich, Junge. Hop down. Thanks. Das war ein guter Boost von ihm. Ich gehe jetzt schon auf lang, bevor der Orange-Kerl jetzt hier irgendwie doigt. Aber es sieht schon mal gut aus, dass sie lang decken. Das war beim letzten Thema überhaupt nicht der Fall. Da haben wir so viel Glück gehabt. Oder gebraucht, um überhaupt zu gewinnen. Das war nicht normal. Short down. Uff. Das war leichtsinnig. Er ist der Zeit. Er liegt ganz hinten in die Ecke. Und der andere ist, glaube ich... Nice. Okay. Wow. Was war das für ein Aim-Spiel? Der mit dem Denkrad? Oh. Der hockt hinten bei Long, Alter. Also gleich jetzt bei Short, ne? Ja. Zieh doch weiter. Dude. Hätt's gereicht? Ich weiß. Ich habe das nicht mitgezählt. Ich glaube, das hätte nicht ganz gereicht. Äh. Aber wow. Die ziehen leider extrem rein. Wir sehen überhaupt keinen grünen Zweig in dem Spiel. Äh. Ich gehe jetzt mit Deagle halt wieder auf Banane und schaue, ob was geht. Oh. One ist Low HP. Zwei Deagle-Shots haben. Das interessiert ihr nicht. Komm schon, einer ist Ultra Low. Bitte. Bitte face die AWP jetzt nicht von da vorne. Ja. Geht einfach dran. Zusammen. Oh mein Gott. Was ist das? Was war das eben für den Versuch? Hallo? Too low. Too side. Alter könnt ihr bitte? Lass man low. Peace low. Komm, Rasheen. Nice. Oh Gott. Das ist einfach so absolut dumm, so eine Runde zu verschenken. Ist Wahnsinn, oder? Man kann auch wenigstens schauen, ob ein Mate auf dem Spot Diffuse hat. Wenn ja, muss man selbst keins kaufen, so wie es bei mir gerade der Fall ist. Aber wenn keiner auf deinem Spot einen Diffuse hat, dann... Man muss nur gucken, wo der Kollege stirbt, falls er stirbt. Und dann weißt du, ah, Diffuse ist da. Für alle Fälle. Und ich kenne auch ein paar wenige, bei denen es leider gar nicht mal so selten vorkommt, dass sie die ganze Runde verlieren oder das Team verlieren lassen, weil sie kein Diffuse haben. Und das ist halt einfach... Das ist das, was ich immer sag, dass das Rundenziel, die Bombe zu legen, zu defusen, wichtiger, viel wichtiger ist wie die Kills. Und es bringt einem nichts, alle zu killen, wenn man dann trotzdem verliert. Und jetzt fangen sie auch noch an zu meinen, dass die Gegner hacken würden. Alter. Da ist halt einer dabei, der gut spielt. Wir schenken ja Runde um Runde um Runde. Aber was... Komm mal her, Gisela. Auf. Lass uns noch was machen, okay? Pass auf. Nice. Wir machen jetzt mal eine kleine Fluschelbuschel. Moje Fans. Incoming, incoming. Wait for me. Nice. Gut, Schwer ist gegangen. Alles klar. So gewinnen wir unsere Runden, wenn sie gehen. Es ist ja wirklich nicht schlimm zu verlieren. Aber wenn du halt dann solche Peensbacken hast, die sagen, wir verlieren, weil einer hackt, der in meinen Augen nicht auffällig spielt, sondern einfach nur gut ist, dann ist es halt so... Was machst du hier in Counter-Strike, wenn du das nicht verkraftest, einmal abzulosen? Alarm ist. Und jetzt ist die... Jetzt lassen sie Alarm offen, weil sie aufgeben schon. Der Kollege wird in einem recht langen Feuergefecht auf einer Geraden erschossen. Und dann sagt er, er hackt. Er war hackt. B ist coming, too. One down. Another one is coming. Nice. One is close. He's on spot B now. Der war gerade... Ah, Bomb ist down on B. You can rotate. Yeah, he's in front of B. He's coming. He could pick the Bomb through smoke. Es kann doch nicht sein, dass wir entweder Runden gewinnen, wenn Gegner liefen, oder wenn ich alleine irgendwie alle wegpimmel. So, Jungs, bitte macht A zu, weil ich bin in mein eigenes Feuer gelaufen. Nice. Sehr schön. Scheinbar muss ich nur ein bisschen meckern, schon machen sie. Läuft. Das haben sie ganz allein gemacht. Ich hab keinen Gegner gesehen. Uff. 10-4. Also, wenn wir in 10-5 irgendwie gedeichselt bekommen und dann bei T das Spiel unseres Lebens haben, könnte das doch was werden. Optimistisch, ja. Verrückt. Nein. Shit. Vielleicht machen wir auf T ja ein paar schöne Rushs und dann läuft's. Man weiß es nicht, ne? Vielleicht, wer weiß. Ach, übrigens, Livestreams gibt's jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Da kann man mit mir zusammen spielen, ja? Für die, die nachfragen, ob man mit mir zusammen spielen kann. Ja. Das geht. GG with a cheater. Wir rushen. Ja. Ja, please. Der Mate kommt nicht mit, alles klar. Ich verstehe. Geil. Ich glaube, ich habe einen Deutschen, einen, weiß ich nicht, Ägypter oder sowas, ein Ami, also irgendein so russisches Gemisch und mich halt. Und da gibt es einige Unstimmigkeiten im Team. Rechts von dir. Alter, bist du taub? WTF? Hinter dir ist gleich einer. Spiele ich hier echt mit tauben Nüsschen zusammen? Oh, er hätte den so schön killen können, ne? Der war 100%ig half oder low. Na, okay. So nicht. So kann man keinen killen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel hier behalten soll. Alter, habe ich gerade eben eine SG gekauft. Super, geil. Eine Waffe, mit der ich so gut spielen kann, wie ihr alle wisst. Ich weiß echt nicht, ob ich das Spiel nehmen soll. Oh, Alter, ich bin ein SG-Profi ab heute. I'm coming. One is rushing down. Und gelb steht oben. Okay, wow. Äh, vier gegen zwei. Go together, guys. Just two more. Also, ich glaube gerade überhaupt nicht, thanks, an den Comeback. Ähm, aber wir haben ein paar Leute, also drei mit mir, die halt vernünftig ansagen zumindest und denken und spielen. Vielleicht können wir halt noch ein paar Runden holen, dass der Luz nicht so hart reindrückt. Aber ein Draw oder gar ein Win fühlen sich sehr weit entfernt an. Vor allem, wenn zwei Leute von einer Pistole niedergestreckt werden. Another one mit. Ja. Schade. Ich glaube, dieses Spiel entzieht mir gerade die Lust auf Inferno sehr. Wir haben einen, der schon gelieft ist. Ähm, der Blaue zum Glück. Der Blaue war der Pisser, der die ganze Zeit nur gemeckert hat, dass der hackt und hin und her und blablabla. War klar, dass der aufgibt. So, Leute können überhaupt nicht mit besseren Gegnern umgehen. Die sind direkt... Äh, hacking. I go. Bye, bye. Komm, die Runde haben wir. Der vernünftige Kern ist übrig geblieben. Greg hat one. Another one that's defusing. Nice. So. So. Und der Flock soll sich gerade verziehen. Lecker Bun für ihn. Mit so einem Querralland kannst du nicht spielen, der sofort losjault, wenn er gekillt wird. Äh, der Hacking, der Hacking. Komm, Botti, bleib bitte da. Der Boosting. Uh. Uh. Schnell auf A-Plant, mein Freund. Renn. Renn einfach. Jetzt schaltet sich der Deutsche auch ein. Die haben vielleicht doch an. Ich bin doch eben komplett clean gestorben. Der mit der Diggle hat auch ganz verdient mich gefistet. Von da oben. Ich weiß nicht, wie der Kollege gestorben ist, aber wenn Vivi kleine Mäuschen einem immer und immer wieder ins Fadenkreuz reinrennen und er halt auch einfach easy Frags ziehen kann, dann hat er halt auch 10 oder 15 Frags mehr als der zweite bei sich selbst im Team. So ist es halt. Oh, wow. Guck mal da, die Standardverteilung bei den Gegnern. Der Supreme ist wieder fast ganz unten. Naja, noch ist er da, der Lem, aber wenn das so weitergeht, sehe ich schwarz. Aber wisst ihr, für wen ich nicht schwarz sehe? Für den YouTube-Giveaway-Gewinner. Und zwar ist es der Typ aus der Zukunft. Und hey, du bekommst den Skin aus dem aktuellen YouTube-Giveaway. Ich glaube, es ist die AWP-Fever-Dream, ne? Schreib mir bitte hier unter dieses Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und dann werde ich dich daraufhin nach deinem Trade-Link fragen. Also ich werde dann deinen Kommentar kommentieren und sagen, ah ja, schön, dass du gemerkt hast, dass du gewonnen hast. Schreib mir bitte deinen Trade-Link. Und dann schreibst du mir deinen Trade-Link einfach hier unter dieses Video wieder als ganz neuen Kommentar. Nicht als Antwort darauf, sondern als neuen Kommentar, damit ich das ganz oben sehe, in der Liste. Und zack, bumm, dann haue ich es dir raus. Okay? Also der Typ aus der Zukunft hat das aktuelle YouTube-Giveaway gewonnen. Die Tage startet dann das nächste. Vielen Dank für eure Aktivität in dieser Zwischenzeit. Und das nächste Giveaway wird dann natürlich, so wie alle anderen auch, auch wieder auf Aktivität aufbauen. Das heißt, wer hier aktiv auf dem YouTube-Kanal ist, kann gewinnen. Alle anderen nicht. Und wir hatten diesmal wieder sehr, sehr viele. Die schreiben, oh ja, cool. Die AWP hätte ich auch gern. Ich mach mit. Und das war dann das letzte Mal, dass man was von ihnen gehört hat. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.